Haben Sie die Männer spielen sehen? Ja, ja, ja. Einen Asthmaanfall brauchen Sie deshalb nicht zu kriegen. Das stört die Plauze nicht, ja? Von Riegel besagte, während die Götter in Süße schliefen, beim gemeinen Volk die Sünden triefen, nicht ja? Schulz, Sie sind doch ein Vollidiot. Ein Rüsseltier bringt Glück dir. Nun, darfst du mal um die alte Muffelkutte bitten? Wir haben ja geheizt hier. Darf ich Sie noch mal daran erinnern, Klink? Der Besuch ist nicht inoffiziell, sondern offiziell. Nun, freilich, doch die Geburtkarte wird doch seine Plauze nicht inoffiziell herbemühen. Ein Schlückchen Kornjag vielleicht? Kornjag immer. Und jetzt schlucken wir erst mal eine Träppel, nicht ja? Ja, französischer Kornjag. Wie kommt das, dass der so gut ist? Das wird daran liegen, dass der Hand geerntet aus Frankreich kommt und so. Also, wie ich schon sagte, ich habe die Fähigkeit, außersinnliche Wahrnehmungen wahrzunehmen in einer Art sechster Sinn. Man nennt es Psi. Und seitdem bin ich frei wie ein Hering ohne Salz. Ihnen fällen ein paar Tassen in der Kredenz. Ein paar Tassen? Na ja, in so einem Lager wird eben viel geklappt. Übrigens, wie wär's mit nem Stückchen polnischer Wurst oder norwegischen Sardinen aus Dänemark, abstehenschen Käse? Der Kotzbalken stammt aus Deutschland. Wir sollten den Ex-Kuba einnehmen. Was denn? Das Kerosin wird nur in schalldämpfenden Kammern verdampft. Wie ist das? Als wenn man sich Watte in die Ohren stopft. Ein Gefühl, was du kennen solltest. Ich habe mich nur gehäuspert. Ich hatte wahrscheinlich einen kleinen Krübel auf meinem Zäppchen oder sowas.